Ihr Löwchen hier, wir haben uns hier versammelt, ohne Marco, ohne Tim, ohne Tobi, es wird eine sehr ruhige Runde hoffentlich, mal gucken wie suspekt ich heute wieder bin, beziehungsweise wie feucht ich werde, laut den werten Kollegen hier. Wir sind gespannt, wer wird als erstes Imposter, auf geht's in die schöne Runde Among Us. Ich distanziere mich mal direkt davon, dass Lexi feucht wird, ja? Ja, ist gerade. So, ich scanne mich auf jeden Fall, so, das war Lexi, oh Gott, ich habe abgebrochen, ich bin so lost, nochmal drauf. Wir, ja, ne, Lexi hat alles gesagt, wir sind wieder in Among Us hier drin, ich schaue nebenbei, ähm, Gott, wie heißt das nochmal? Ich wollte gerade Haus der Löwen sagen, aber es ist die Höhle der Löwen, auf Vox, also nur nebenbei, ich gucke mir da die Produkte an, ist hier unten eigentlich jemand? Da ist, da ist Lexi, okay, gut. So, und dann gehen wir Richtung Elektriker Room, da ist wahrscheinlich schon jemand tot, wie ich vermuten kann. Ne? Oh mein Gott, hier lebt ja jeder noch. Das ist ja krass. Okay, die Aufgabe ist natürlich sehr schön. Oh, direkt geschafft, ich bin so Profi heute. Oh Gott, irgendwas klopft da schon wieder an mein Ding, an meiner Pensterscheibe. Und dann haben wir den ersten Toten hier, Liam, wo ist die Leiche? Hier? Shields. Shields. Ja, moin. Wo ist die jetzt? Ganz rechts, ne? Mhm. Ja, also Lexi und ich waren es wahrscheinlich nicht. Das, ja, naja. Also wir waren beim Reaktor da in der Nähe. Wir waren beim Reaktor. Ja, man weiß ja nicht, wie lange die Leiche da liegt. Ich habe dann Simon Sack. Habt ihr Connie getötet? Ach, schlimm war nicht. Ähm, eine Sache. Genau, als Reaktor war, musste ich durch den Arrange-Room laufen und dann ist mir, dann ist Simon nach rechts gelaufen, anstatt zum Reaktorteil. Okay. Das ist schon wieder verdächtig, Herr Simon. Was haben Sie denn dazu zu sagen? Ich bin nur diesem Fall gefolgt. Wie? Wie dem Fall gefolgt? Ach so. Ja, ich muss doch dem Blinken, dem Fall folgen. Ach so, ja. Ja, hatte ich in dem Moment, äh, verwechselt, aber. Mich voll schlau letzte Runde fragen, ob ich schon Kabel gemacht hab. Gut, oder? Jetzt den falschen Pfeilen erlauben. Stimmt. Naja, aber es kann halt auch passieren. Also ich weiß nicht, wenn wir halt jetzt den falschen Voten, sind wir halt am Arsch, ne? Ja. Dann ist das wohl so. Dann kommt auch noch Zubi rein. Also, dann kommt auch noch Zubi rein. Also, dann kommt auch noch Zubi rein. Ich weiß es nicht. Das ist, wenn er die Chance holt. Also, also, also. Das ist einfach der im Poster sein. Lexi, du könntest es auch sein. Ja, deswegen sag ich ja alle. Wenn ich skippe, dann bin ich wieder der Pisser. Ich seh es doch schon. Ne, ne, ne. Du bist dann nur lost. Lost. Ich bin halt lost. Ja, lost. Habt ihr jetzt alle für mich gefordert, oder was? Ja. Ich hab für jemanden gefordert, ja. Also, Leon hat ihn selbst getötet. Sie wollen jetzt fort. Ja, aber hey, Fressi, ich denke, dass das Leon das und hat selbst fort gemacht. Da haben wir aber. Let's go. Oh, Leon hat geskippt schnell. Und für Leon hat geskippt. Achso, Lexi hat geskippt, okay. Oh, jetzt kannst du rein. Ach. Ja, das war schon ausfällig. Und, habt ihr verloren? Ja, wir haben verloren, wir haben verloren. Ja. Also, bis auf einer bestimmt, nehm ich mal an. Ja. Achso. Ach, scheiße. Aber Lexi, ich hab dich nicht da lang gehen sehen. Ich hab aber dich lang gehen. Ja, in der Innenzentrale, wie geil ist das denn? Wer fehlt? Lexi fehlt noch. Ach, let's go. Ja, ne, Lexi, ey, da war ja sogar ich schneller drin, ey. Achso ein toll. Alter. Lexi, du hast jemanden vergessen anzusagen. Wen hab ich vergessen anzusagen? Tobi ist jetzt da. Muss ich den neu ansagen? Ja, also nur für Tobi. Nein. Diese Runde mit dabei. Da werte Fenrich 1, auch bekannt als Biotron, auch bekannt als Tobias. Auf geht's. Äh, Fisch und Tasks sind aus. Wir wissen es nicht. So. Dankeschön, Sein Hinweis. Oh Gott. Kann es sein, dass das eigentlich ganz schön viele Tasks sind? Ach, geschafft. Meint ich nicht, ey. Oh Gott, ich muss da ja nochmal rein. Oh Gott. Aber es geht leicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist mein Bonbon geblieben? Ich brauch am besten eine Statistik, wie oft ich das schon hier gesungen hab. So, Lexi geht auf jeden Fall nach oben. Ich guck mal hier rein. Aha. Oh Gott. Ich muss da ja überhaupt gar nicht hin. Das ist mir gerade eingefallen. Richtig lost. Richtig lost bin ich da schon wieder unterwegs gewesen. So. Ja, ja. Mach du das da mal. Ich bin hier. Oh. Wo seid ihr, Hämmer? Scherzahn, Kerl. Wo bist du? Wo ist Valin? Ich bin im Admin. So. Admin. Du bist da. Was muss man redestellen? Äh, ich war auch im Admin. Boritz, hast du ihn gesehen? Ja, ich glaube, der ist runtergelaufen zum Reaktor dann. Lexi? Wie bist du? Wo bist du? Ich habe gerade meinen Kanister aufgefüllt. Ich glaube ich kam von der Cafeteria raus. Und Scherzahn, ich weiß nicht. Hallo, ich möchte kurz was sagen. Ich bin gerade an Elektrik hier vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob Lexi wirklich von der Cafeteria war, weil die war beim Reaktor. Ja, ich war beim Reaktor. Dann bin ich nach hoch, dann bin ich nach rechts gegangen. Und dann bin ich runtergegangen. Cody, wo warst du? Warte, ich rede noch. Hat Tobi gesehen? Ich habe sogar dieses Kanonenschießding gemacht. Das kann Simon bezeugen, damit bin ich schon mal in Ordnung. Nee, nee, der ist Visual Tarsten aus. Ach, ihr seht das nicht? Achso, lol. Also, habt ihr fehlend euch eins gesehen? Ja. Ich bin die ganze Zeit mit Simon rumgelaufen. Einer von euch muss lügen, Liam liegt bei Shields. Bei Shields? Bei Shields? Also, ich bin vor Simon da langgelaufen. Simon ist hinter mir da langgelaufen. Der hätte den wegmachen können. Nee, ich bin dann nach oben langgegangen. Ich war nicht mehr in Shields. Ich habe keine Ahnung, wir haben uns in Navigation getroffen. Ich bin unten langgelaufen. Da lag aber kein DM. Nee, ich bin oben langgelaufen. Wir waren kurz in der Cafeteria und bin dann von oben zu Atmen reingekommen. Ja, okay, ich habe nur gesehen, dass du irgends gesamt in Atmen reinkommst. Ja, so rot ist es, glaube ich, nicht. Ja, ich bin mir mit Lexi nicht sicher, weil sie ist mir nicht entgegengekommen, Conny. Ja, ja, ist ja okay. Auf jeden Fall, ich würde skippen. Ja, komm, skippen wir damit, als es etwas spannender wird. Aber ich glaube, Lexi ist es. Ja, braun oder die grüne, die rechte, seid mir ein bisschen suspekt. Ist die linke Seite suspekt? Ihr seid doch alle suspekt. Nee, Leon. Okay, also ich denke, es ist Lexi, weil ich habe die hier, wie gesagt, nicht vorbeigehen sehen. Das ist ein bisschen auffällig gewesen, weiß ich nicht. Boah, wir müssen echt viel machen. So, obwohl, obwohl es geht, es geht. Gitares sind, glaube ich, doch in Ordnung. Ich gehe jetzt extra nicht zum Electrical Room, obwohl... Oh, oh, das ist Lexi. Sie ist da reingegangen. Und ich renne jetzt erstmal weg. Oh Gott, sie hat Taschenlampe gemacht. Ich bin wahrscheinlich jetzt gleich tot, aber ist egal. Ich mache hier meine Aufgaben. Die können da Taschenlampe machen. Ich denke, irgendeiner ist jetzt gerade gestorben. So, zum Glück war ich es nicht. So, ich brauche jetzt nur noch eine Aufgabe. Dann bin ich eigentlich fertig. Ach, Mann. Ach, Mann, Simon. So, die waren da hinten zu zweit. Der wurde gemacht. Kommt nur keiner raus. Da hinten wurde auch gemacht. Simon ist hier links reingerannt. Und ist weg. Hm. Wo muss ich hin? Dahin muss ich. Simon ist weg. Oh nein. Dexi ist da. Also, ich glaube, Simon ist es. Ich glaube, Simon ist es vielleicht doch. Was war es, Simon? Ah. Oh, ich wusste es. Du bist doch nicht oben lang gelaufen. Nee. Sind die Tasche zu wenig oder? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich war einfach nur langsam. Simon hat nicht viel gemacht. Also, Simon, du hättest mich die ganze Zeit wegmachen können. Ja, mich auch. Ja, dann hätte ich ihn sehen. Oder was? Nee, dich hat...